Was geht ab, meine Einhörner? Ich habe morgen Geburtstag! Und ich wollte mir selber eine Torte basteln mit Benjamin Blümchen. Falls ihr nicht backen könnt oder einfach keine Lust habt, ich sag's euch, macht es einfach nach. Das ist halt einfach so einfach. Ich hab nur eine Buttercreme gemacht, am Rand richtig fettstreusel und dann hab ich's ein bisschen dekoriert und so sieht es fertig aus. Seid mir ehrlich, sieht das nicht geil aus? Wer von euch würde die Torte essen?